Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Hi, ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play, das ist Kaninchen und mit dabei ist Maimi und Trafi. Dieser wird uns heute einen Guide erklären zu Ulluron, den er perfekt kann. Also er hat schon gesagt, das ist sein neuer Lieblings-Gott seit Monaten. Und er wollte uns heute einmal vorstellen, wie man den richtig spielt. Also, liebe Leute, passt genau auf und hört genau zu, was uns das Trafi so zu erzählen hat. Solange man noch in der Base steht, drückt man am besten I. Ja. Dann landet man auf der empfohlen Seite oben, gibt es so drei Register, empfohlen alle Gegenstände und Werte. Werte, da kommt es eigentlich immer nur auf die inneren Werte an. Oh, das ist so wahr. Was sind denn mit der innere und äußere Werte? Ja. Ja, äußere Werte sind halt Aussehen und innere Werte sind halt so Hunger und Durst. Auf die kommt es an, auf Hunger und Durst. Mitkommen. Hunger und Durst. Ich war gar nicht geskillt. Die Leute kann man Hunger und Durst aber ansehen. Wir sind schon mitten im Kampf und du hast noch nicht geskillt? Ich hab noch gar nichts gemacht, ich weiß nicht, ob die kann. Den er perfekt kann. Komm mit. Oh Gott, bist du. Ich sagte. Mitkommen. Leicht nicht. Sehr gut, meiner. Perfekt. Mal zurück. Auf jeden Fall, wenn man bei dem Register alle Gegenstände ist, geht man am besten auf beliebte Gegenstände, denn das haben Profispieler gemacht. Und dort wählt man dann der Reihe nach die Gegenstände aus, bis halt das Inventant kommt. Dann drückt man K, um sich die Abilities durchzulesen. Ja, ja, ja. Lies sie doch mal vor. Was kann er denn? Die Tastzieher. Sobald Oluron 150 magische Kraft durch Gegenstände erreicht, erhält er 15% kritische Treffer-Genze sowie zusätzlich 1% für jede 10 magische Kraft durch Gegenstände. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja. Vor allen Dingen ist seine Eins, ist es glaube ich, wo du mehr Attack-Speed bekommst und, ne, ist die Zwei glaube ich. Und dann so eine Zone erschaffst, wo ganz, ganz viel Damage mit einem Mal runterkommt. Das ist echt genauso. So, die Eins ist die Sonne, die man einfach aus der Hand beschwört und dann nach vorne schießt. Bei der Zwei erhält man Angriffstempo und macht es ein bisschen Schaden. Die Drei ist die Segnung. Damit kannst du heilen, du kannst heilen, wieso heilst du nie? Ich kann heilen? Ja, mit der Drei heilst du. Oh mein Gott, elf. Ja, das ist ein Hot. Das ist ein Hot. Und du stößt Gegend damit weg. Oh, ich bin so smart. Wieso heilst du mich nicht? Heile mich! Ich hab dich gerade gemeinert. Warte mal, wie war das F-H-S-H? Ne, wie war heil? Du kriegst vor allem? Wie heilen, kalt ab, wie heilen, kalt ab! Das sowieso, wie war das denn? Neat Healing. Wie ist das denn? Neat Healing. Hä? Wie ist denn der VGS-Command für Neat Healing? Irgendwann später. VHS? VH? Neat Healing. Soviel Schaden noch. Heilung. Danke. Ich würde gerne Freya mitnehmen. Weil das ist die, die kann ich reiten. Und abrutschen. Heilung kommt. Ah, guck mal, da ist sie mich jetzt in ihre Ultimate gegangen. Hey, Freya. Na, Freya. Ne. Mach den Tod, Katarri. Ja, alle Bähne. Ich bin dabei. Nein! Ich bin geslaut. Ja, besten Schild ist der. Ich sterbe nicht. Ich bin so weg. Heile mich! Ich hab dich geheilt. Nein! Töte! Töte schneller! Sehr gut. Geh! Lauf! Spring! Flieg! Ich gehe. Oh, you rock my world. Also wenn ich kein Olu-Run-Gott bin. Du machst ja auch den Guide. Übrigens hinter dir ist immer noch die Freya. Wollte ich nochmal gesagt haben. Also die Kugel kann man schon mal nicht durch Wände schießen. Den er perfekt kann, wie man den richtig spielt. Olu-Run-Gott. Was passiert denn da hinten? Was passiert denn da hinten? Nieß? Nichts? Ich nehme den mal mit. Vorsicht! Äh, Guanyu kommt zu dir. Ja, ja, ja. Ich hab keinen Mana mehr. Wieso kommst du denn dazu? Geh mal, Olu-Run. Geh mal bitte einen Schritt. Ah, hier ist Zeug. Ah, Zeug geht weg. Ne, hat er mich bekommen. Der kommt weg! Und ich sterbe! Das war echt zu aggressiv. Okay, das war... Das war genau so gewollt. Ich wollte die nicht, dass die sich denken, so, oh mein Gott, wir müssen sofort aufgeben, weil wir haben es alle gekillt sofort, deswegen wollten wir ihnen mal ein bisschen was geben. Töte die Minions. So, und die ultimative Fähigkeit ist halt so die, ähm, Highway to Hell, also für die Gegner. Ja. Denn die werden langsamer und man selber wird schneller und deswegen, ähm, überholt man die halt so. Och, ihre Angriffs, ähm, Attacken und sowas werden langsamer, also wird alles langsamer, weil die. Freya, ich möchte so gerne dich zum Knuddeln dazuholen. Dann hol sie dir, da gucke. Pow! Hi, donk. Atafi, nein! Highway to Hell. Olu-Run hat Oogamir und so beschwört. Ich bin ganz weit weg. Du, Hox. Ich hab Fail hier wieder alles. Mach das mal, feile mal ein bisschen, da vorne. Ist so? Ja. Ja, kommt wer? Wo ist die hin denn geflogen? Von da. Alter, Finne ist die explodiert. Alter. Bitte traf hier. Hier in die. Kriegt ihr doch schon auch. Das ist halt nur so schwer. Okay, das ist schon ein bisschen lustig. Hat er gesagt? Ja. Cool. Ich brauche es vielleicht so richtig. Give it a lick. Tötet! Nein! Afi! Sehr gut. Ja, wie ich die Klänge schon gemacht habe. Auto-Attacks. Das reint manchmal hoch. Und heilen. Nee. Ich kann da viel laufen lieber. Geh hinter die Minions. Geh hinter die Minions. Lass mich hin. Freya. 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 Was? Ich habe mich mit einem mitgetroffen. Die böse Frauni. Wer macht denn am meisten Schaden? Ach Gott. Ich. Der Apollon. Ich kaufe mal ein paar Wards, um mal die Seite ein bisschen abzudecken. Taffi, weg da! Ich mache den. 101. Ja, das würde nicht bei 101 bleiben. Was? Ist es ja, die mischen sich ja immer alle ein. Ja. Die kommen nämlich schon. Ja, das ist die Freya noch dazu. Weg. Sie ultet. Highway to health. Oh, ich treffe halt. Der braucht einfach nix heute. Hallo. Wie viel Schaden der macht, der Mann. Sehr gut. Der Mann in den Mond. Der Mann in den Mond kommt dazu. Ich habe zu mir erschießen. Doch. Das ist eine große Reichweite. Ich habe noch eine Ulti. Sag das doch. Ja, ich treffe gar nix. Hier, holt ihn euch jetzt. Du hast ihn rausgebummst. Du hast ihn rausgebummst. Och, Katarfi. Das ist mein Schaden. Das war mein Schaden, der hier den Du verhindert hat. Ja, war es meiner. Äh, war so. Mach den Tor weg. Ich habe mich voll glücklich in Reise gemacht. So, lauf mal bitte einen Schritt, weil die Feuer wird auch gleich dazukommen. Pow. Wobei. Töten wir ihn noch. Ich habe wieder Highway to Hell. Sehr gut. Ich habe auch eine Ult. Ich auch. Na, woher? Apollo in der Luft, glaube ich. Oder? Nee. Nee. Da kommt einer mit. Kommt ein für Ruhe. What the fuck? Der macht aber Schaden. Irgendwer hat immer richtig Schaden gerade gedrückt. Oh, Apollo in der Luft. Oh, mein Gott. Ich gehe mal weiter, ne? Ist das für dich in Ordnung? Ja. Lauf, Katarfi. Lauf. Nö, nö. Retterfief, Vorsicht. Ich bin immer vorsichtig. Glooper fliegt. Die wusste ich, dass sie den gerade machen. Haben sie den gekriegt? Nee, ich habe ihn gestealt. Sehr gut. Ah, bin gestorben. Ey, was machen denn die mit mir hier? Sich tüten. Geh, du hast es explodiert. Aus meinem Weg. Ich darf nicht. Und du, du hast es. Du hast es in Ordnung. 13, 13, ne? Nach 16 Minuten. Aber wenigstens haben wir den Buffy klaut. Das war richtig gut von dir, Traffi. Ja, ja. Das weiß ich. Oh, was macht denn da so viel Damage? Das ist alles. Alles macht so viel Schaden. Das ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, was ich kaufen soll an Items. Okay. Das hat natürlich jetzt nur bedingt viel gebracht. Holla, die Waldfee. Das dachte ich mir, Lübe. Ja, die machen halt, die Freya und der Apollo machen halt so unglaublich viel Schaden. Oh, wisst! Nee, das hat nicht gereicht. Das ist nicht gereicht. Da hat er mich in dem richtigen Moment gemutet. Ich habe auch keine Schuhe an und liegt gerade. Das ist natürlich nicht so gut. Da läuft halt dann ja so ein halber Minion rum. Jetzt schon wieder Ulti? Oh, fuck. Der ist wieder da. Was? Wann war das denn? Wie lange hält denn der Buff? Ja, scheint nicht allzu lang. Mist. Was war Heilung? Ich glaube, du bist raus, genau. Sehr gut. Ich habe Heilung. Warum schmeißt du dir dann zu mir ab? Warum nicht? Warte, Achtung Minions. Jetzt müssen wir schnell wegrocknen, Herr Tower. Ich lenke sie ab hier. Ja, sehr gut. Ja, weg. Sehr gut. Du hast geplatzt. Ja, ich habe sie auch getroffen. Ich habe keine Ahnung überbrochen. Schade. Ich bin da immer weg. Ich bin da immer weg. Schön, Mann. Der Apollo macht so viel Damage. Dann komm mal mit. Damit der gleich weg ist hier. Ah, Mann. So weit ist mir da. Sorry. Achtung Freya ist wieder da, ja. Jetzt muss man mal gehen. findet ihr später leifle Apollo über uns? und der andere bekommt mir auch schlecht Ich muss nur treffen und ich treff nicht. Oh. Ah, das war's. Schade. Schade. Nur treffen. Ah. Alter, wie die den wegrockn, die Titan. Hallo, die Waldfee. Knappes Match. Schade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Öppadah.